Wenn ein Presslufthammer dröhnt oder eine Motorsäge kreischt, dann ist das nicht unbedingt schön, aber laut. Und alles, was laut ist, ist gut, um ein neuer Disco-Sound zu werden. Mit Musik hat das Ganze nicht viel zu tun, eher mit einer Art Rauschzustand. Die Technofans benutzen ihren Sound wie eine Droge. Superschnelle Rhythmen beschleunigen die Herzschläge. Extreme Tonfrequenzen stimulieren diese zur Ex-Mase. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's. 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 Das war's.